Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Tolle Wolle und herzlich Willkommen zu meinem Experiment mit dem Beilauffaden. Ich habe einen Schal im Puffstichmuster gehäkelt, super simpel tatsächlich. Muster zeige ich euch natürlich auch im Verlauf des Videos. Hier aus richtig schöner, kuscheliger Wolle, kombiniert eben mit diesem schwarzen Beilauffaden, mit diesem kleinen Puschelchen hier da dran, zeige ich euch natürlich gleich auch noch genauer. Ich habe euch das schon mal in einem meiner letzten Haul-Videos vorgestellt, habe ich tatsächlich bei Idee gekauft letzte Woche. Und ja, wie es funktioniert hat, wie ich den Schal gehäkelt habe, seht ihr natürlich alles jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Und los geht's mit diesen beiden Knollen hier. Also ich habe hier einmal die Creative Softwool von Rico Design und auch von Rico Design die Creative Jazz Abwolle. Also den Tweet Beilauffaden hier. Und die haben beide eine ähnliche Länge. Dieses hier, 25 Gramm, hat 285 Meter, 100 Prozent Polyester. Und dieses hier, das Wollknäuel, hat tatsächlich 100 Gramm. 300 Meter Lauflänge, also ein bisschen länger, hat 75 Prozent Polyacryl, 25 Prozent Wolle. Für 5er-Nadeln, das hier tatsächlich ohne Angabe. Ich habe nichts gefunden, aber ihr seht, es ist ein super dünner Faden. Wir haben hier tatsächlich die Farbe Nummer 1. Und wie haben wir es hier? Die Nummer 30. Ich werde die beiden zusammen häkeln mit meiner 6er-Nadel. Ich habe die Softwool schon öfter mit der 6er auch alleine gehäkelt. Das funktioniert immer ganz gut. Daher rechne ich hierfür gar nicht so viel ein. Wie gesagt, ihr seht, es ist einfach so ein ganz, ganz dünnes Fädchen. Ich muss hier auch erstmal einen Anfang finden. Wir schauen mal, wo fängt das Ganze an? Tja, also es fängt auf jeden Fall irgendwo hier an, weil ich hier ein Ende habe, definitiv. Und die werde ich dann zusammen verarbeiten. Ihr seht jetzt auch hier, immer in regelmäßigen Abständen habe ich hier eben diese kleinen Puschelchen dran. Und der hat auch eine ganz gute Elastizität. So, ich lege den mal hin. Ich muss nämlich noch das Ende von dem anderen finden. So, wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Wo könnte hier der Anfang sein? Und ich habe tatsächlich beide Anfänge jetzt hier zusammen. So, und es kann losgehen. Ich starte mit einer Luftmaschenkette. Und zwar nehme ich dafür eine gerade Anzahl an Luftmaschen. Das werden bei mir tatsächlich 20. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze hier zusammen verhält. Drei habe ich schon mal. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So, ich muss sagen, ich bin tatsächlich ganz froh, nicht eine kleinere Nadel, beziehungsweise tatsächlich die Sechser genommen zu haben, um es eh etwas lockerer zu häkeln. Ich habe das Gefühl, es gibt halt so eine ganz eigene Spannung nochmal. Also durch diesen zusätzlichen Faden. Es ist ganz gut, dass wir ein bisschen lockerer zur Hand haben. Dann nehme ich einen Umschlag und steche in die vierte Masche von der Nadel aus gesehen ein. Hole den Faden einmal hoch, ziehe ihn groß, mache das Ganze nochmal. Habe jetzt insgesamt schon vier hier, äh, fünf auf der Nadel, sorry, fünf. Dann nochmal für sieben. Und ein weiteres Mal tatsächlich für neun. Also es wird richtig voll auf der Nadel und jetzt natürlich auch die Frage, bekomme ich den Beilauffaden hier gut mit durch, beziehungsweise kriege ich das allgemein hier ganz gut durch? Okay, nächster Versuch. Ich nehme das nochmal raus. Ich glaube, das Ganze muss noch ein bisschen lockerer. So, ich muss das wirklich schön groß ziehen, fünf, dann sieben und noch einmal für neun. Und durch. Okay, es funktioniert. Masche drauf, passt. Okay, dann bin ich hier in der nächsten. Ich lasse eine aus und steche in die nächste Masche ein und häkle das Ganze wieder groß ziehen, groß ziehen, groß ziehen. Das sind schon mal sieben und noch einmal für neun. Dann den Haken ein bisschen eindrehen und es funktioniert. Okay, ich bekomme die Fuffstiche damit auf jeden Fall gehäkelt. Es hat einen sehr eigenen Look. Sieht sehr süß aus schon mal. So, das Knoll kugelt sich hier rum. Muss ich auch nochmal gucken. Vielleicht kommt das hier hinten. Ich habe den Panda ja hier bereit stehen. Vielleicht gebe ich das in den Panda tatsächlich mit rein. Lasse das andere so dabei laufen. Oder ich wickele beides nochmal zusammen auf. Das werde ich auch nochmal testen. Ja, also es lässt sich auf jeden Fall auch gut mit dem Beilauffaden häkeln. Die Nadelstärke passt dafür. Auch mit dem Puffstich, wo ich tatsächlich dann durch viele, viele, viele Umschläge durch muss. Neun insgesamt. Geht das Ganze klar. Ich hatte am Anfang ja beim ersten Versuch ein bisschen ein kleines Problem, aber das geht inzwischen. Und ich häkle das jetzt einmal hier die gesamte Reihe über. Und hier bin ich jetzt wieder am Ende der Reihe. Ihr seht neun von den Puffstichen insgesamt. Hier die kleine Luftmaschenkette vom Anfang. Und mit einer Luftmaschenkette geht es jetzt auch in die nächste Reihe. Ich nehme drei Luftmaschen für die Höhe, drehe das Ganze einmal um und häkle jetzt tatsächlich hier zwischen den Puffstichen der ersten Reihe weiter. Ich steche da einfach um die Luftmaschen. Und nehme wieder die neuen Umschläge. Einmal durch. Masche drauf. Und weiter geht's. Ich habe tatsächlich hier jetzt das schwarze Knäuel hier einmal im Panda drin. Da kann es sich eben schön abrollen. Das andere Knäuel liegt hier an der Seite. Und das häkle ich ja von innen. Das ging bei dem anderen Knäuel nicht. Da ist tatsächlich Pappe mit drin. Das ist da einfach nicht machbar. Und daher habe ich das da einmal zum Abrollen reingelegt. Und weiter geht's. Bis zum Abrollen reingelegt. Ich häkle das jetzt nochmal ein paar Reihen weiter und gebe euch dann nochmal ein Update, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Und hier habe ich jetzt ein erstes Update für euch. Ihr seht, wie hübsch sich das Muster entwickelt und was tatsächlich der Beilauffaden hier wirklich zuträgt. Also es ist wirklich ein komplett anderer Effekt, als würde man es nur mit der Wolle häkeln. Einmal natürlich der kleine schwarze Faden, der sich drumherum wickelt. Und natürlich auch die süßen bunten Elemente. Bei dem Muster wird tatsächlich der letzte Puffstich dann um die Luftmaschenkette der Vorreihe gehäkelt. Also wenn ich jetzt hier gleich wieder starte, geht's hier einmal rüber. Und hier häkle ich dann den letzten drumherum. Ich glaube, das hatte ich vorhin nicht gezeigt. Und das häkle ich jetzt nochmal weiter, bis ich tatsächlich die Länge von, welches Knäuel ist kürzer? Der Beilauffaden. Der Beilauffaden ist hier tatsächlich kürzer. Also das häkle ich jetzt einmal über die Länge des Beilauffadens. Und hier bin ich jetzt wieder. Ich habe tatsächlich nicht mehr viel Wolle übrig. Und obwohl es ja eigentlich einen Längenunterschied haben sollte, sind es tatsächlich nur wenige Zentimeter. Also ich habe hier nichts gekürzt oder so. Das ist tatsächlich der Rest, der noch da ist. Und es geht wirklich gut auf. Auf jeden Fall bei diesen beiden Knollen hat es sehr, sehr gut gepasst. Und sonst wären es natürlich auch nur ein paar Meter gewesen. Ich ziehe das jetzt hier einmal groß und damit komplett raus. So, angezogen. Der Teil wird natürlich noch vernäht. Der Startfaden wird vernäht. Und dann ist der Schal tatsächlich fertig. Es hat einen ganz speziellen Look. Ich finde es super süß hier mit diesem schwarzen Beilauffaden und eben den bunten Sprenkeln drin. Sieht sehr, sehr lustig aus. Eben wirklich besonders natürlich auch kombiniert mit dem Muster nochmal. Der Schal ist jetzt ungefähr 1,30 Meter lang geworden. Ich hätte es natürlich ein bisschen schmaler machen können. Dann hätte ich ihn natürlich länger gehabt. Oder natürlich noch ein zweites, beziehungsweise zwei weitere Knolle verwenden können. Dann hätte ich das natürlich auch noch ein bisschen länger bekommen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich denke, ich werde definitiv nochmal öfter mit so einem Beilauffaden arbeiten. Hat mir sehr gut gefallen. Gibt eben nochmal so einen komplett individuellen Look hier rein. Und ließ sich auch tatsächlich sehr, sehr gut und einfach verarbeiten. Also hat beim Häkeln überhaupt nicht gestört. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben dalassen. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.